Hallihallo, aber die Ehrennetz. Willkommen zurück hier zu OlliOlliWorld. Wir haben hier im letzten Video 1, 2, 3 abgeschlossen und machen wir hier weiter. Führe ein manuell durch 8 Mutantenschleime aus. Weiche allen Mutantenschleimen aus, zerschmettere 2 Schwebelgestall und 1 Kristallbohnen in 1 Kombo. Hütho rau completamente ab. Ich schade den Ries mein Karten. Wichtig ini ist ein schöner Mark. Er eine bis zu dem, 2.0-8. Ich schade den Riesstuhl, aber er ist ein Ready-Man . Ich schade den Riesstuhl, einen Ballstatt, aber er habe ja nicht. Ihr wird reinen, dass diese Riesstuhl, dann für das Riesstuhl, dann für den Riesstuhl zu verabili. Ich schade den Riesstuhl. Das war's für heute. Okay. So, und jetzt heißt es, alle ausweichen. So, und jetzt heißt es, alle ausweichen. So, und jetzt heißt es, alle ausweichen. Ja, dann komme ich auf den Mittelsteg. Das könnte die Lösung sein, ja. So, und jetzt heißt es, alle ausweichen. So, und jetzt heißt es, alle ausweichen. Okay. 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 dass sie da noch nach oben geht so ok 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 das wird schwierig das wird schwierig mit dem fliegen führer in einer einzelnen combo drei manuals oder zwei trolleys aus habe ich doch gemacht aber ich habe nur drei manuals gemacht machen wir mal den standard weg so so Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das geht's, das geht's. Okay, das geht's. So, können wir mal die Fliegen hier machen. So, können wir mal die Fliegen hier machen. Okay, in Englisch heißt diese Aufgabe, Manual three times on two Trolleys in a Single-Combo. Okay, also wir müssen auf zwei beweglichen Plattformen drei Manuals insgesamt machen, in einer Combo. Das ist der Trick an der Geschichte. Okay. 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 Das war's. 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 Das war's.